Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Project Unstable, der zweiten Staffel. Mit dabei sind Purple und Blacky. Ich hab ihn zuerst genannt. Ja, ich hab ihn zuerst genannt, damit er Ruhe gibt. Und heute machen wir ein paar lustige Dinge. Zum einen Terror-Stil und also viel Botania. Und das Ritual hier ist ganz schön laut. Beziehungsweise machen wir das Bräder. Gibt's da irgendwie... Ah, nee, warte, das waren, glaube ich... Ich glaube, das hat ich mir rausgefunden. Das waren, glaube ich, Friendly Creatures. Ah. Ja, also wenn ihr die Mana-Beams leise kriegen wollt, Friendly Creatures runterschrauben von der Geräusche. Und es ist angenehm. So. Ähm... Ich hab heute vor, nach Alfheim zu kommen. Also, Alfred einen Besuch abzustatten. Und das System, wie man Terror-Stil macht, hat sich ein wenig geändert. Und man braucht jetzt keinen, ähm, Beak mehr. Komischerweise. Wahrscheinlich nicht, damit's billiger ist. So. Wir brauchen nämlich eine Terrestrial, äh... Agglomeration Plate. Ja. Äh... Dafür brauchen wir drei Lapis-Blöcke. Die ich schnell hole. Das ist das Einzige, was ich nicht vergessen hab. Ich glaube, du brauchst gleich sieben, weil du musst den Sockel ja noch von dem Ding bauen. Den Sockel hab ich schon mal vorgebaut. Oh, mitgedacht. Ja, mitgedacht. So. Achso, und hier hab ich nochmal ein paar Sparks vorbereitet. Sparks sind nichts anderes als Blaze-Powler, Gold-Kniles und dann so zwei von diesen, äh, Paddle, egal welcher Farbe. Ja. Machen wir noch ein paar von. Denn die Sparks beschleunigen dann den Prozess, wie Terror-Stil hergestellt wird. Äh... Ja. So. Also wir brauchen drei Lapis-Lasuli. Ein Block of Mana-Stil. Ja, Puppe. Und dann brauchen wir... Hallo. Warum kloppt der Zombie da und warum? Oh, das stimmt. So. Ähm... Und dann brauchen wir eine Rune of Water, Earth, Fire, Mana und Air. Die hab ich alle schon mal vorbereitet, weil im Endeffekt ist das ja nichts Spektakuläres. Man wirft Zeug in Dinge rein. Ach, wo sind die Blumen denn? Weg. So, also... Water, Earth, Mana, Air, Fire. Okay. Water, Earth... Äh... Mana, Fire. Ganz so gut. So. Terrestrial Agglomeration Plage. Ja. Komischer Name. So. Und dann müsst ihr diese Pattern hier bauen. Vier Lapis-Blöcke und so Living Rock so dazwischen. Und das Ding in die Mitte. Und dann könnt ihr da einen Spark draufsetzen. Und über die, ähm... Ja, sind sie. Mana Pools könnt ihr auch Spark setzen. Könnt ihr mit dem One of the Forest mit Shift-Rechst-Klick auch wieder abbauen. Und wenn ihr die hinsetzt, seht ihr auch schon praktisch die Verbindung, dass die miteinander verbunden sind und praktisch ihr Mana... Verdeilen. Dann auf das Zeug da hinten, ja, auf diese Platte. So. Und jetzt. Das Zeug kostet halt einen halben Mana Pool, was wir jetzt gleich machen werden. Und zwar ist das Terror Steel. Mana Diamond, äh... Mana Pearl und... Äh... Mana Steel. So. Dann werfen wir uns mal hier drauf. Dup, dup, dup. Und dann sehen wir schon lustige Partikel-Effekte. Unten erzeugt sich auch irgendwas. Und ich hab's aus Versehen eingesammelt, weil ich mein Magnetring da hatte. Sehr gut. Schön viel Mana verloren gegangen. So, und das geht halt jetzt von den Sparks. Das sieht man auch, wie das Eis dazu fliegt. Und flipp, fertig. Sehr schön. Ja, das hat ein bisschen Mana gezogen. Ein bisschen viel. Egal. So, ja, Mana Steel. Äh, Terror Steel. Und jetzt brauchen wir... Zu Alfred brauchen wir den Gateway Core. Ist das gut oder... Ja, gut. So. Elven Gateway Core. Äh... Natur Pylon brauchen wir auch noch zwei. Das heißt, ich brauche noch einen Terror Steel. Verdammt. Also, nochmal das Ganze. Habe ich den Ring noch aus? Dup, dup, dup. Hallo. Lange ich nicht schlecht drauf, oder was? Jetzt noch was doch. So, wieder ein paar lustige Partikel-Effekte, die hier hin und her schüren und fertig. Okay. Mana Pylon ist... Mana Steel, Mana Diamond und Gold. Okay. Okay. Ja. Und, was macht ihr so feines? Leben wieder aufladen. Was? Leben wieder aufladen. Ah, klingt schon mal sehr toll. Weil Pigments machen ganz doll Aua. Ja. Purple hat nämlich... äh... ...nen Pigman angegriffen. Und dann gemerkt... Ein Skelektor. Ja, 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 ja. Da kam ein Mutherskelett, hat mich angegriffen, ich war verwusert und dann hab ich zurückgeschlagen und dann ist in dem Moment ein Pigman dazwischen gelaufen. Ach, ja. Dann kamen ganz viele Baby-Pigman und wollten mich töten. So. Okay. Zwei Mana Pylon mit Interestie und der kriegt zwei Natura Pylon. Und dann brauche ich jetzt nochmal zwei Mana Puls, die ich zum Glück sogar schon vorbereitet habe. Mensch, da habe ich aber wieder mal eingegucken lassen. So, wie machen wir das jetzt? Äh... Ich könnte einen Spreader ja erstmal wegstellen, dass der irgendwie hier drüben dran geht. Packe ich hier so das Portal hin? Warte mal, wie weit müssen die jetzt auseinanderstehen? ich bin lauer gelatscht mich auslachen ich bin ja nur durchgelatscht ich habe das leben gut dabei wir gar nicht zurück rennen müssen so also hier 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 dort dort der server sagt hallo naja und dann noch mal hier so ok dann brauchen wir glaube ich noch glimmering living root wenn ich das richtig in erinnerung habe für den rest ja drei glimmering living root die sind auch relativ einfach alles was es braucht ist ein bisschen glowstone zusammengecraftet mit living root und ihr kriegt glimmering living root und jetzt habe ich auch so sehen living root planks gemacht aber mich auslachen ich habe zum glück den rest schon mal fertig so das kommt jetzt dorthin 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 und in Mitte kommt der elven gateway core ich glaube ich muss jetzt hier sogar vielleicht da oben drauf sitzen ja ich muss da immer was oben drauf sitzen wir sind zwei nach vorne jetzt passen und der einzelne seite hier ok so da kommen dann die naturpeilen drauf genau dann müssen wir die mana pools jetzt füllen das jetzt die frage wie machen wir das am demnächst jetzt mal gesagt ich mach das mal weg du gehst nach da so weil der hat hier die hälfte der terminalis zugewiesen das dürfte jetzt erst mal reichen für den anfang und dann bräuchte ich theoretisch noch einen ich glaube jetzt einfach den ein gott was ist und gerade mal zu dir weil ich das auch mit dem tablet machen können moment das genau so deswegen kann man schon ein bisschen aufhören bleibt hier bleibt werden warte noch kommt klitzer aus dem arsch was dir kommt klitzer aus dem arsch ist es nicht nein oh ich habe was geklaut die botanierplügel machen so komische partikel den brauche ich erstmal nicht das man dürfte eigentlich schon fast reichen oder wie viel meiner braucht zum aktivieren keine ahnung und ein bisschen steht nicht da ok also wir machen jetzt schon mal ein bisschen manas die nämlich schon mit und dann ich aktiviere es hier einfach mal wenn es klappt klappt das klappt nicht dann klappt es nicht ok die botanierplügel verbrauchen ordentlich man auch so warum ich was falsch gebaut aber ich würde sagen es ist zu wenig mana denkst du ok dann heißt die pylons einfach nochmal ab und pack nochmal mehr rein na komm auch mal so die beiden so weg sind sooo tch war ja ewig zum aufladen bläcki hilft das sehr nett dankeschön ich denke es dürfte noch so in etwa reichen also ich glaube viele viel zeit voll das hier müssen weniger ich probiere ob es geht das ist doch ich habe es doch falsch gebaut ach ja um ein so dann darf ich das jetzt wieder fixen na sehr gut wo ist mein tablet da sparing so dann dürfen wir das jetzt alles nochmal aussaugen ja danke bläcki ähm weiß nicht geht das relativ schnell ja ich nehme mal deins mit ne ja ja mach doch um ein wieder falsch gebaut ne super ich glaube das habe ich das letzte mal auch geschafft äh habe ich das überhaupt auf ernsthaft schwein reingeschoben achso ich starte jetzt also es hat überlebt ja es hat überlebt ja es hat überlebt es war schnell genug wie kannst du dein spiel schaffen die dpi zu haben eine maus zu wendeln ja weiß ich nicht interessant geht noch was raus ja so dann machen wir den mana pool noch leer und dann mal gucken was passiert ganz leer küsslich ich packe schon mal ein ding hier rein so und das ding kommt dahin so ich lass die beiden jetzt einfach mal ein bisschen drinnen kein wunder dass es nicht funktioniert so dann kann ich mal den jetzt hier drauf binden so dürfte reichen oder naja sehen wir gleich hier so ok drecksficht so jetzt haben wir es doch aktiviert so dann schmeißen wir als erstes unser Büchlein rein und da ist es schon wieder lexica botania mit elven garde ohja und soweit lese ich mir natürlich nicht durch naja dem nicht so und als erstes mal ein bisschen manas hier rein werfen so und dann wie für fristen das gerade eigentlich relativ wenig gerade ich lass es mal da gucken wir mal schnell ins büchlein rein ähm auf home sie äh die resources was ist das hm das war nur das ding ritual of gaia ne danke und das lustig ja das habe ich das letzte mal schon gemacht aber nein erstmal nicht und zwar als allererstes möchte ich so ein scheiß Viecht hier vorne so und zwar jetzt muss ich es nur finden ähm das war das letzte mal schon das problem zu finden was man sucht äh die Stüge können wir noch nicht machen das war mit ja somit wo ist denn das ding da haben wir es doch ring of far reach so run of fire, run of summer und zwei mana diamonds das hat gar nichts damit zu tun interessant ähm gibt es ja sonst noch irgendwas tolles was ich vielleicht noch irgendwie rein werfen muss wie frost ne fiel mich kein wie frost short of laputa ne hm ja purple gefällt das aber nur gut ja äh sollte ich nochmal was finden mache ich das äh ich weiß nicht ob es sich lohnt das ding offen zu lassen blacky was meinst du also ich lass mich einfach offen hierzu ich pumpe einfach mal ich merke es irgendwann wenn du keinen mana mehr hast so ich pumpe es jetzt einfach von links nach rechts und kannst du ja mal ein paar von den elfen spreader machen die helfen schon mal relativ gut die elfen mannens brayer die können wir da wirklich machen dafür bräuchte ich allerdings noch mal das living wood weil ich habe mein ganzes jetzt zu planks gemacht muss ich nochmal schnell werde jetzt bereit machen zum transformieren und in der zwischenzeit könnten wir uns entweder eine bessere rüstung machen oder oder ähm ich mach erstmal ups den ring of the far reach was glaube ich denke ich mal besser wäre die haben wir erstmal den also äh was ich noch gemacht habe haben wir mal so ein focus pouch gemacht und mal ein paar ähm one foci gemacht und die mal ein bisschen geupgradet haben wir halt eine ewigkeit gebraucht in dem ding in dem focal manipul... den ganzen wie heißt das ding focal manipulator ähm zum beispiel habe ich auch ein excavation focus gemacht und habe da einfach mal viel treasure drauf gepackt damit ich halt ähm erst fortune habe potion sea damit es knaller geht und enlarge damit ich weiter komme halt hab halt mal so ein paar foci upgrade auch den hier das relativ cool und zwar habe ich einen blitz gemacht mit potion sea 5 der macht ein bisschen damage nicht viel aber es geht ja so jetzt wo wir stehen liegen da ich bin ähm ähm äh äh was wollte ich machen verdammt living wood das war eins und dann machst du ring of far reach ach god ich bin ja so verwirrt ähm also da wir brauchen eine rune of pride das heißt rune of summer hab ich da noch irgendwas äh ich glaub wir sehen uns gleich wieder ich muss ein bisschen was machen so bis gleich so oder bin ich wieder äh ein paar dinge schweben hier schon rum und zwar zwei mana diamonds eine rune of fire und eine rune of summer blacky hat mir freundlicherweise eine rune of earth gegeben und dann ist er ausgetimt oder beziehungsweise rausgeflogen und die session server sind da und da kommt nicht wieder rein oder irgend sowas und ähm ich muss mal kurz so station server sind ja irgendetwas ja so deswegen ist blacky nicht offen zu okay ich glaube er muss komplett neu starten oder sowas also könnte einen moment dauern so das ding blubbert auch schon lustig vor sich hin äh in der zwischenzeit kann ich mal was anderes machen und zwar gibt es ein wunderschönes neues item von äh nicht botania aber von ne doch botania quark was nichts mit ähm alphomacy zu tun hat das würd ich sagen äh und zwar brauchen wir nichts anderes als ein crafting table drei mana steerons glaub ich und ne mana pearl so genau und wir kriegen die assembly halo man hat grad kurz gesehen aber in der zwischenzeit will ich mal kurz zumal das ding so und dann puff rune of pride die kann man nämlich auch gleich mal machen dann kann man gleich alles zeigen so und wir haben den ring of far reach sowie die crafting halo so crafting halo ihr seht ich kann mich hier rumdrehen und hier leuchten immer so komische lila streifen auf im moment ist da kein rezept aber theoretisch kann ich jetzt auf dem crafting table rechtsklick machen ganz normal rechtsklick und sehe praktisch hier drinnen jetzt was und kann jetzt sagen was weiß ich zum beispiel elementium ingots craften äh und dann kann ich jetzt wenn ich hier hingehe kann ich das rezept speichern mit rechtsklick und dann entstehen jetzt hier not enough materials und jetzt könnte ich beispielsweise nochmal ein block of elementium machen könnt ihr den hier drüben abspeichern und dann könnte ich jetzt sagen mach ingots mach n block mach ups mach ingots mach n block ingots block ingots block ingots block ja wir haben es verstanden es ist relativ cool man braucht halt nicht immer das crafting rezept reinzulegen kann sich hier ich weiß gar nicht wie viele 1 2 3 6 7 8 9 10 11 crafting rezept abspeichern und kann halt dann immer ähm ja unterwegs craften ohne probleme ja und äh zum entfernen einfach sneaken und links klick machen dann entfernt ihr die rezepte wieder ja es ist relativ cool für unterwegs craften mal so ein paar dinge so standard irgendwie torches oder allgemein wenn man ein crafting table braucht ist sehr sehr hilfreich und der ring of far reach ist noch ein bisschen cooler ähm im moment kann ich wenn ich jetzt hier stehe hier ich muss hier stehen auf diesem block damit ich dort hinten abbauen kann den da oben kriege ich schon nicht mehr mit dem ring of far reach kann ich hier oben die blöcke abbauen ich kann sogar noch da hinten abbauen und da hinten abbauen also ich komme bis hier das sind äh ungefähr wie viele blöcke sind das weiter kurz mal ausziehen wenn ich das sehe so das ist jetzt gerade so der hier ne den kriege ich noch genau mit dem ring komme ich noch eins zwei drei drei blöcke weiter ja das reicht auf jeden fall für meine verliebnisse für was ich es nutzen will ähm und wir können halt jetzt wirklich über riesen entfernung zum beispiel schon auf dem mana pool zugreifen von hier hinten warum warum da ran laufen wenn wir es von hier hinten machen können ja äh hilft auf jeden fall extrem manchmal ist es beim bauen würde ich es nicht unbedingt empfehlen das ding denn äh das bauen ist manchmal ein bisschen verbuggt manchmal zeigt er an zum beispiel dass ich da hinten einen block hinsetzen kann obwohl ich es gar nicht hinsetzen kann das war jetzt diesmal richtig ähm weiß nicht ob es mittlerweile schon ein bisschen besser gefixt ist egal so jetzt bin ich gerade im überlegen entweder soll ich schon mal anfangen mit der Wetterform oder noch nicht hm hm könnten aber auch erstmal nochmal kurz gucken bei soundcraft weil da gibt es nämlich auch etwas cooles und zwar jetzt muss ich wieder suchen die ewige suche was hier ähm ähm äh äh das war es nicht ähm nein 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 äh nein oder nein ach jetzt hab ich sterb äh wie auf irgendwas drauf geklickt hm auch ein bisschen ich meine ich meine wir könnten natürlich auch erstmal schon mal ein paar Transvector Interface äh natürlich hier so ein Cleaver Ding das hat Dore mir sicher nicht gemacht ne so Large Blade Blocke du musst ja nicht neu starten du musst einfach nur warten ach so ok ah so wir brauchen acht glaube ich oder ne acht waren es nicht weil doch acht so und dann muss ich jetzt aber glaube ich nochmal genau irgendeinen Aloy nochmal durchbannern ja wir haben zweimal ein In-Git-Cast das braucht keine Sau so können wir einschmelzen geht das? ich kann fertige Casts nicht nochmal einschmelzen ich glaube nicht nein was ist das? äh aber wir können schon auf aus weiter Entfernung Kisten öffnen warum zu den Kisten hinlaufen wenn wir es von Ferne machen können ähm jetzt ist nur die Frage was wollte ich jetzt das habe ich schon wieder vergessen verdammt das ist doch nicht wahr ich wollte achso genau Aloy holen so Mann das ist nicht toll so ok ähm und dann das Ding hier einschmelzen jetzt was ja ich hab ich hab neuen Erfolg hier bekommen das mit der Crafting Halo finde ich immer noch saukool einfach nur im Abspeichern von der Zerbüter ein das Schlimme ist halt du musst dich erstmal dran gewöhnen aber wenn du erstmal drin bist dann löst es andauernd ja wenn du überlegst du brauchst kein Crafting Table aufbauen du kannst es einfach so machen schnell craften wenn es ein gutes Rezept ist was du oft brauchst speichert es einfach ab fertig ja so und es ist sogar fast aufgeschmolzen hab ich noch irgendeine tolle Wand gemacht ja Excavation also relativ schnell wollte ich sagen nicht cool ja so wird dazu ähm ok Molten Aluminium Press alles funktioniert ok Böbel singt wieder Böbel hat irgendwas nicht vor sich nur gebracht so dann ich hab hier schon mal ein bisschen Stahl aber da sind nur 5 vorm sind nur 5 Stahl drin hab ich nicht mehr gemacht oh jetzt hab ich noch Stahl aufschmelzen nein hä 5 das heißt es fehlen noch 3 oh oh was ist da war es alle da war es alle du hast den nähter leer gepumpt nein so nein so ja der Entertank hat keinen Tafen mehr nein nein der ganze existent hängt davon ab ja ich geh schon äh wenn ich die Pumpe wiederkomme hallo tschüss hier hab ich keinen Strom mehr hallo geh dich durch mein Haus um zu seiner Pumpe zu kommen naja das ist nicht lustig so wir brauchen 2 Tafrod und ne ok da hätte ich mal gesagt ich brauche ein wenig Papier habe ich Papier aber Papier äh ich hab Papier und was brauche ich noch ähm eigentlich kaktus ne eigentlich funktioniert die Pumpe auch noch kaktus ist es noch ein Stück master troll also bei mir ist der Tankfond ich brauche kaktus und da kommt auch noch raus so wie frei ist es wohl kriege ich kaktus ja ja hat ein Einzeige Bug bei dir gewinnen äh dahin ist weiter äh ne meine Capacitor Bank ist auch leer aber mir ist alles voll und da kommt auch nah raus aus dem Tank ja die haben Probleme wir haben einfach mal ein Ritual hallo schnauzer tschüss schnauzer tschüss tschüss hä ich war nicht da ich war in der Mining Welt also ich bei mir ist alles noch mal so du weißt kannst gern gucken kann man aber hier so alles noch ey jetzt läuft es bei mir auch alles wieder aber die Capacitor Bank ist halt waa vielleicht schon ein Update Problem oder so oh Gott sind wir nicht stört okay dann auf in den Keller ich hab jetzt schon alles gekriegt ich hab hier kein Strom mehr und dann müssen wir jetzt eine Tough Rod machen und zwar aus Saumium und ne Paper Tough Rod will ich auch noch haben und ein ich hab jetzt schon 1700 Eimer ne Cactus Plate ja 1300 Eimer Öl ist noch umso wann das wäre und dann können wir jetzt noch reinlegen Kaktus das und äh Papier und dann ein wenig Stahl in das Firmchen gießen komm schon 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 komm ja ja Steel Plate so die können wir jetzt hier noch mit hinlegen und dann kriegen wir einen Steel Cleaver der auch jagged ist der hat jetzt Base 6 Herzen Attack Damage geht besser ja was ich jetzt noch mache ich pack da ein paar Ender Perlen drauf wie viel Modifier mal 5 ja packe ich ein paar Ender Perlen drauf upgrade das Ding nochmal und mach da draußen richtig schön Zombie Killer äh nicht Zombie Killer Widder Skelett Killer und Head Collector und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn ich ein paar Widder Skelette geholt hab also Köpfe geholt hab bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020